Das ist so die kleine Schwester vom Rossini. Also wer da schon mal im Rossini war, der kennt dann auch so ein bisschen den Stil des a la carte Club-Restaurants. Hier habt ihr dann die Menüs. Das sind verschiedene, das ist jetzt eine Brunch-Variante oder eben die Abend-Variante. Die kostet 25 Euro pro Person auch preis. Und von daher finde ich, wenn man mal einen schönen Abend verbringen möchte oder irgendwas anderes zu feiern hat, kann man durchaus mal einen Abend im Rüffersort genauso wie oft den. Es muss reserviert werden, natürlich zeitnah, wenn ihr einen bestimmten Abend haben wollt. Wenn ihr zufrieden seid, geht es manchmal auch noch am Abend. Das ist die Schokoladenpark, die 3 Millionen Kalorien kann man hier zu sich nehmen. Das ist aber leider noch zu. Das heißt, hier ist gerade leider kein Kuchen, kein Schokobrunnen, kein gar nichts. Also im Normalfall steht hier der fette Schokoladenpark und die erste Schokoladenpark. Danke.